so hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja heute kommt hier mal minecraft ich glaube schon seit jahren das erste mal wieder ja also ich habe jetzt mal ohne facecam gemacht da kann ich ein bisschen schilder spielen so würde ich sagen wir starten mal am anfang ist immer wichtig zu überleben also wir suchen uns essen oder zum beispiel hier das fuhr aber ich glaube das geht ohne schwert weiß ich jetzt mal nicht also ich mache mal erstmal bäume fällen ist auch wichtig damit man sich zum beispiel später ein haus bauen kann oder sich werkzeug kraften kann man kann ja am anfang sich aus holz eine spitzhage machen oder eine schaufel oder ein schwert sogar auch und man braucht natürlich holz um die werkbank zu machen das zeige ich nachher also in dieser folge geht es erst mal ums überleben die erste nacht weil wenn es dunkel wird kommen wir die ganzen ungeheuer monster so kann ich euch noch mal ein bisschen erzählen was mit mir los ist im moment weil jetzt zu wenig auf meinem kanal kommt was mich was mir auch ziemlich leid tut und zwar ihr wisst ja das schuppenflechter habe also die meisten wissen es da geht es mir eigentlich relativ im moment gut ob das jetzt am wetter zusammenhängen könnte sein muss aber nicht dann habe ich jetzt neu ein zweifahren badscheibenvorfall am halswirbel wo ich dadurch öfters kopfschmerzen bekomme mit übelkeiten allem drum und dran also das ist richtig reglich deswegen kommt auch nicht so viel auf meinem kanal was mir wirklich wirklich weh tut die schuppenflechter habe kann ich die anbox ins man sich manchmal nicht machen weil meine hand auch betroffen sind also meine innenhand ist moment noch ein bisschen davon belastet aber nicht viel als es geht eigentlich ja und was viele ja auch nicht wissen auf meinem kanal ich habe auch eine behinderung also die nennt sich spastische dipplegie also ich habe eine spastik an den beinen also ich glaube nicht wie ein normaler mensch der gesund ist sondern zu x-förmig ja aber es wissen halt nicht viele weil ich darüber eigentlich kaum gesprochen habe außerdem wo mich mal getroffen haben die wissen das natürlich hier wie julian oder dennis wenn also ich kann alles machen aber halt ich bin ein bisschen eingeschränkte ich habe diesmal gar kein apfel bekommen hier los schon erlebt wo ist mein apfel mit ich muss mich irgendwie mal hoch bauen hier eins zwei wo ich jetzt noch ein setzling setzlinge könnt ihr immer benutzen um noch mal ein baum ups falsche seite aber was mache ich denn jetzt falle ich ja noch hier runter vielen dank so reicht das oder warum habe ich dann für jeden apfel bekommen jetzt nicht das verstehe ich nicht ist noch also wir können uns hier nicht so lange aufhalten da nachher auch die monster kommen wenn es dunkel wird ja keine ahnung ich finde nichts oder liegt hier irgendwo rum wir gucken gleich mal hier ist ein setzling da 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 als setzlinge haben wir jetzt genug normalen apfel habe ich nicht bekommen das bringt nämlich fürs überleben ein bisschen was so ich würde mal sagen wir gehen mal da hoch weil hier ist kohle 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 und dadurch können wir ja dings machen fackeln so zack einmal werkbank bauen zweimal zack ähm hier wieder raus stellen sie hier kurz hin dann machen wir noch ein paar zack dann geben wir hier hin stecke kann man immer gebrauchen das hier heben wir erstmal auf so wir brauchen auf jeden fall das hier die spitzhacke die hält zwar nicht so lange aber braucht man halt am anfang jetzt sehe ich gerade ich brauche ein bisschen mehr hier so machen wir uns noch ein schwert und wir machen uns reicht das nicht für ein ich habe keine sticks mehr ach so zack und ich brauche noch das jetzt können wir noch ähm eine axt machen und wir können uns noch eine schaufel machen so das sind eigentlich die vier wichtigsten am anfang würde ich sagen ähm jetzt kann man erstmal hier das wieder abbauen weil die will ich ja mitnehmen na dauert ein bisschen so jetzt gehen wir mal hier hoch und holen uns die kohle 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 äh so zack erstmal so zack 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 und man bekommt hier immer so äh erfahrungspunkte auch nützlich ist das hier ne hier muss ich hier muss ich graben so krabbi 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 und dann tun wir gleich noch ein bisschen stein abbauen dann können wir nämlich eine steinspitz spitzhacke bauen die hält etwas länger als hier die äh holz spitzhacke ja also wie gesagt ich habe jetzt demnächst ein termin im krankenhaus bei der neurochirurgie wegen meinem bandscheibenvorfall oder zweifachen bandscheibenvorfall so da oben ist ja auch noch richtig gut hier so ich würde sagen wir bleiben am anfang hier oder was meint ihr das ist ja gar nicht so schlecht oh ich glaube das war ein fehler aber man können ja nochmal zubauen hier warte mal wir gehen hier eins höher dann holen wir uns nochmal stein da einer drauf dann hüpfen wir einmal äh oder ach geht auch so ok ähm äh naja mach ich denn das jetzt oder hinten ist auch Wasser aber da muss man auch manchmal aufpassen ups was mache ich denn da so mit der geht es noch viel schneller äh ok machen wir das hier weg dann kommen wir hier auch besser hoch weil ich wollte hier das zubauen zack 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 so so somit haben wir unsere unterkunft fast fertig ähm ich würde sagen wir bauen hier unseren äh unsere werkbank wieder hin weil ich machen wir jetzt noch eine Tür was brauche ich dafür ah noch Kisten ok brauchen wir noch eine hier zack jetzt können wir uns die Tür bauen dann kommen drei Stück raus wird es schon dunkel oh ja also schnell die Tür hier hin machen äh äh ok lassen wir es halt so ich wollte es eigentlich außen an dem Stein haben so jetzt können wir die Tür hier oben hin machen wo man nicht so oft braucht hier ähm wir können jetzt sogar Fackeln erstellen da wir ja Kohle haben dafür brauchen wir erstmal hier zack diese Stöcke hier und jetzt können wir hier Fackeln bauen vier Stück äh machen wir noch einmal oder ach das reicht nicht äh ok dann muss erstmal am Anfang vier Stück reichen so würde ich sagen wir machen hier eine hin und dann graben wir noch ein bisschen weiter mal schauen was uns hier noch erwartet am besten nach hinten hier weil nach vorne kann sein dass wir uns das wieder aufgraben und dann haben wir natürlich den Salat ah ich habe auch mal wieder vor zu streamen ich weiß noch nicht morgen wird es wahrscheinlich schlecht sein äh morgen ähm heute meine ich ist ja Samstag heute äh ich nehme es ja nur heute auf so Freitag weil ja Ben Masterfull äh seinen zwölf Stunden Livestream macht ja wird richtig cool sein oder nicht? zwölf Stunden Ben Masterfull ja so ich hoffe dass das euch ein bisschen gefällt hier mit dem Minecraft ist ja auch mal ein bisschen chillig nicht immer wie FIFA FIFA ist echt nur zum Ragen und im Moment echt Schmutz gut ich würde sagen nicht ganz Schmutz aber Ultimate Team ist richtig Schmutz im Moment wenn du da nicht dran bleibst oh das habe ich geahnt ähm ähm wo habe ich mal eine Steine Stein auf Stein Stein auf Stein so hier wieder Stein hin zack gut aber dann ist hier übrigens die Ecke gerade also hier ist alles gerade jetzt würde ich sagen dann buddeln noch ein kleines bisschen warten bis es hell wird und da würde ich sagen war es das für die erste Folge jetzt können wir aber ähm eine Steinspitzhacke machen die hält auch etwas länger oh da draußen geht es ab oder also ich höre etwas ja also Ben macht ja auch Minecraft das ist auch ein bisschen wie so Erholung also man kann sich da schön äh wie nennt sich's ähm entspannen früher hatten wir auch äh also nicht wir also andere hatten ja ein Surfer also zum Beispiel Zanzi und Ben Masterful mit zwei anderen glaube ich äh das wollte ich jetzt eigentlich nicht ok aber hier wieder zu das war außersehen da wieder da wieder da wieder da wieder ist immer noch dunkel also auf der Switch also ich spiele ja weiß ich gar nicht ob ich schon gesagt habe äh ich spiele ja auf der Switch auch hier Minecraft und da hatte ich schon sogar schon Dias gefunden ich glaube sieben acht Stück aber ich dachte komm für YouTube mach's lieber hier am PC weil keine Ahnung wie das mit der Switch ist ob das auch so schön ist also wenn du Shaders hier drauf hast auf Minecraft dann sieht das richtig realistisch aus also richtig gut wird's dann immer noch nicht hell hier die erste Folge hier 16 Minuten haben wir jetzt äh 16 Minuten Aufnahmezeit habe ich bis jetzt ja ach ich wollte eigentlich nur so 15 Minuten so naja manchmal das findet man aus Zufall irgendwas aber ich glaube dafür muss ich tiefer graben aber das machen wir in einer anderen Folge mal ich wollte ja euch jetzt nochmal hier ein bisschen das überleben obwohl ich jetzt nichts zum Essen habe aber ich bin ja noch ziemlich gehungert äh gehungert äh gesättigt meine ich gehungert ja moin oder Lost hier Lost unterwegs der Stimme Ooooooh ich bin ja echt Lust so ja auf das Switch da habe ich auch ziemlich tief äh gegraben bin da glaube ich 2-3 mal gestorben dann ja da muss man immer vorsichtig sein man darf nicht zu viel bei sich dann haben du alles verlierst ist das richtig kacke vor allem mit Diamanten und der ganzen Kram also wir werden uns auch noch irgendwie Dings bauen ein Inventar ein Inventar was hier mit vielleicht auch mal wo sich selbst äh ach wie heißt es äh sortieren tut so haben wir es jetzt wieder hell immer noch dunkel was ist denn da los das meiste ist hier nur graben in der Folge und daher suchen wir uns eine andere bleibe küh hüh aber es besser wegen den Monstern wenn man hier geschützt ist ah so langsam wird es hell sehr schön sehr schön vielleicht bleibe ich auch hier ich weiß noch nicht aber ich denke mal ich suche mir irgendwie ein Plätzchen wo Wasser ist und so Wasser ist nämlich viel besser weil man sich später irgendwie so einen Garten hier baut also Essen anpflanzt wie rote Beete und der ganze Mist ja oh ok bauen wir uns noch eine oh ich kann mir hier ein Steinschwert kann ich mal machen Steinschwert mal hier drauf das Holz hier hin ähm dann machen wir uns noch mal ein paar Sticks hier so zack und nochmal eine Spitzacke hier könnte könnte auch jetzt zum Beispiel auch hier eine Steineachs mal so so ich denke mal wir können jetzt wieder rausgehen jawoll so könnten uns wenn wir jetzt Glück haben ups oh das war ein Fail oh das ist nicht gut gibt es hier immer noch Monster aber ja wir laufen dran vorbei weil wir könnten jetzt hier irgendwie eine Kuh schlachten oder sowas oder hier Schweine so weil daraus können wir ja Fleisch machen zack hab ich doch ein bisschen was gezeigt hier mit überleben so hier ist sogar ein Huhn später werden wir uns das dann so machen dass wir genug Hühner haben und so ja so ich würde sagen das reicht mal für die erste Folge da würde ich sagen haut rein bis zum nächsten Mal euer Stimmi und tschuss tschad tschüss tschüss tschüss